Oh Gott, Booyumu! Ja, ein schönes Touro-Spiel. Muss ich schon sagen, ähm... Das hat ein bisschen Metroid-Feeling und so weiter so fort. Wir verstanden einfach mal. Ich habe leider Gottes keinen englischen Patch gefunden. Was wirklich schade ist. Also von daher weiß ich nicht, was hier drin steht. Außer, dass man gleich irgendwie weggeworfen wird. Ja. Jumu. Und es hat so ein bisschen Larm, Runolana, so ein bisschen was. Mit XP und so weiter so fort. Und Jumu. Und wir haben auch noch einen Shop. Oh. Man sollte aufhören, so heiße Tasten zu drücken. Ja, so ein Geheimnis habe ich nicht eingesammelt. Oh. Was können wir? Wir können springen, wir können schießen. So mit Method Feli. Ja, komm mal hin. Hinterher. Öp. Das... Ich habe wirklich keine Ahnung, was die sagen. Und ist... Oh. Einmal getroffen worden. Schön. Schön, schön. Ja, danke sehr. Ja, das ist ein schönes Touro-Spiel, muss ich sagen. Also ich kenne... Ich habe das selbst nicht gespielt. Oder was hast du selbst nicht gespielt? Ähm... Ja, wirklich. Ähm... Es wäre ein bisschen einfacher, wenn man so ein bisschen, ähm... weiß, wo man hingehen muss, so ungefähr. Aber, naja. Egal. Ist es Touro. Touro ist immer gleich awesome. Von daher. So, komm mal her. Ja. So, komm mal her. So, danke sehr. Du Fisli da wegmachen. Und... Oh, naja. Es hat so ein bisschen Mad-Wide-Feeling und weiter sofort. Also von daher ist alles in Ordnung. Und läuft sich ganz gut. Muss man auch schon mal sagen. Oh. So. Nee. Komm her, du. Komm her. Danke sehr. Oh. Weg mit dir. Ich freue mich... Wenn einer den englischen Pest hat, dann könnt ihr mal ruhig gern Scanner geben. Wäre ich sehr dankbar. Aber ich habe doch auf der Stelle nichts gefunden. Mal gucken. So. Das hier weg. Und das hier auch weg. Weil Geld ist wichtig. Danke sehr. So. Oben kann ich nicht weiter lang. Das weiß ich auch schon so. Das Spiel... Oh Gott, ey. Ich hatte eigentlich vor, das zu LP'n. Letztes Jahr schon. Aber noch gut. Egal. Ach Gott. Du bist auch gerade ein bisschen doof gestellt da. So. Was haben wir denn hier schönes Obin? Oh, hallo, Marisa. Ja. Das ist der Shop hier. Das ist ein High-Trank. Das ist ein Mana-Trank, glaube ich. Oder ein extra High-Pushen oder sowas in der Art. Leider. Leider. Oh ja. Leider. Ähm. Verstehe ich kein Japanisch. Es tut mir leid. Du. 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 Ach, komm. Moment nochmal. So. Sehr schön. Auf... Up. Vala. Oh was. Ambush! Ambush! weg mit euch ja da komme ich nicht noch mehr hier danke sehr hier lang nein 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 das war dumm ja münze so wunderbar da kann ich nicht durch da kann ich auch nicht durch auch nicht auch nicht kein geheim gänge für mich danke sehr nein auch nicht warum ja klar war ruhig wenn wir wissen was da steht die die schüler sich aus dem muss man schon sagen richtig schön Oh, ja. Nö, 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 nö. So, komm mal gucken. Schönes hier haben. Ne, auch nicht. Schade. Oh, nein. Ich möchte da oben. Gebt mal da oben. Noch wirklich. Oh, richtig. Quissys, nein. Na. Ich dachte, ich schaffe das. Nein. Ich muss da oben. Wirklich spiel. Wirklich. Na gut. So. Oh, komm. Na, komm. Es hat auch ein Level-Up-System. So ein bisschen. Oder, ja, kann man ruhig so sagen. Level-Up-System. Machen wir das halt mal ein bisschen besser hier. Hey. Wunderbar. Wunderbar. So. Okay. Mal gucken. Ja, zwei auf einen. Ah! Ah! Mal gucken. Ah, schön. Ah. Wohl anders dran gedacht, so, ne? Oh, schade, kein Geheimgang. Verklich, schade, 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 schade. So, weg mit den. Alter, ich möchte den ersten Boss mal sehen. Was ich noch nicht getan habe. Obwohl ich das Spiel schon seit fast ein Jahr habe. Alter, komme ich gar nicht ran. Oh. Wirklich, Spiel. Alter, wie schwieriger bist du, was du noch machen? Oh, gut, egal. Ich habe keine Ahnung, wohin ich muss. Das merkt man, ne? Oh, wirklich. Ah, ich muss weiter runter bestimmen. War bei Metroid auch immer so. Weiter runter. Das ist immer wichtig. Komm mal, ja. Oh. Ja. Das ist ja so nicht. Oh, ja. Sowas liebe ich. Nix, nix hier. Oh, das war knapp. Ja, komm. Wirklich, Spiel. Oh mein Gott, ey. Wohin muss ich denn? Ich habe echt keine Ahnung. Du, 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 du. Ach, da ist ein Geheimgang. Nein. Ich glaube, ich hätte ja auch gleich hochspringen können. Ja, komm mal raus, bitte. Was ist denn hier? Nix. Und ich sterbe gleich. Ach so, da ist ein Loch da oben. Ach so. Okay. Okay. Oh, Turrets. Okay. No, ey, Gegner. Fuckin. Auf Doom. Ja, Mann. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Mal gucken. Hier ist Text. Text ist immer ganz gut. Oder auch nicht. Ach, ich komme gar nicht mehr hoch. Äh, was? Was, Spiel? Oh Gott, ne. Okay. Du, du, du. So, ich komme hier. Ja. Okay. Und... Was? Oh Gott. Nein! Wie komme ich da hoch? Oh mein, warum kann ich das nicht einsetzen? Oh mein Gott. Ich komme hier nicht mal weiter. Meine rote Leiste ist auch hochgegangen. Naja, gut. Egal. Äh! Boah. Dann kann ich jetzt höher springen? Okay. Warte. Warum sagt das jetzt keiner? Dann ist... Aaaaaaah. So, muss ich noch mal... Vielen Dank.